Die erste Betrügerin verstrickt sich schon am Anfang im Netz der Ausreden und Lügen. Ich bin der Callcenter-Crusher und arbeite daran, diese Betrüger bei ihren Lügen zu erwischen. Doch leider sind fehlende Sprachkenntnisse und der Mangel an Intelligenz der Betrüger da immer öfter ein Hindernis. Im folgenden Video könnt ihr die Lügen lauschen, die wie immer nach dem Intro losgehen. Hallo? Hallo, hallo, schönen guten Tag. Spreke ich mit Herrn Bergmann? Jo, dat ist mein Name. Super, perfekt. Das freut mich. Also heiße Daniela Jansen, persönliche Assistenten, sehe Ihre Anfrage bei uns. Sie haben sich auf unserer Webseite angemeldet. Bitcoin-Code, stimmt das? Nö, dat war bei Öprofit. Super, also geben Sie mir Bescheid, Herr Bergmann, ob Sie schon eine Erfahrung davon haben, meine ich allgemein am Finanzmarkt. Ja, äh, nee, aber ich habe ja nicht... Wo haben Sie gesagt, hatte ich mich angemeldet? Von Bitcoin-Code, stimmt das? Nein, Öl-Profit. Öl-Profit, also ich sehe bei unserer Seite Bitcoin-Code, ja, deswegen rufe ich Sie an. Ja, ich... Was ist denn... Was ist denn, äh, Bitcoin-Code? Das ist automatisches System, also das ist für zusätzliche Einkommen, das ist ein Trading an Plattform. Haben Sie unsere Werbung gesehen? Nö, ich... 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 Ich sag ja, ich habe Öl-Profit-Werbung gesehen. Und wann war das? Gerade eben. Also, jetzt gleich, oder? Gerade eben. Vor fünf Minuten. Gut. Dann wollen Sie mich also gar nicht anrufen? Wie bitte? Dann wollen Sie mich also gar nicht anrufen? Herr Beckmann, also ich bin persönlicher Assistent. Ja, ich habe da gerade eine Frage gestellt. Wollten Sie mich anrufen, oder warum? Das ist ja eine ganz andere Firma, wo ich mich angemeldet habe. Wie heißt jetzt Ihre Firma? Also, Sie haben bei... Investiré, ja, unsere Plattform heißt Investiré. Also, wir erstellen für unsere Kunden automatisches Team Bitcoin-Code. Ja, ich sehe Ihre Daten gleich, deswegen... Ja, aber ich habe mich ja nicht bei Bitcoin-Code angemeldet, sondern bei Öl-Profit. Mhm, gut. Und haben Sie keine Anrufe bekommen? Ja, ich habe verstanden. Nö, das war ja gerade mal vor fünf Minuten. Mhm, gut. Also, Sie interessieren sich nicht, ja, so viel Bitcoin-Code, nur für Öl-Profit. Richtig. Sie verstehen da nicht so viel von, ne? Ich habe nur... Also, soll... Ich habe Ihre Werbung gar nicht gesehen, aber ich habe mich bei Öl-Profit angemeldet. Und mit was handelt Ihre Firma dann jetzt? Wir haben Bitcoin-Code automatisch... Ja, und mit was handelt Ihre Firma jetzt? Ja, und mit was handelt Ihre Firma jetzt? Automatisches Team mit verschiedenen Marktvermöden. Ja, also das handelt an Plattformen. Ja, und mit was handelt Ihre Plattform? Mit automatischen... Ach, also doch. Ja, und dann erzählen Sie mal, was Sie anbieten tun. Herr Beckmann, schauen Sie mal, äh, ich sehe Ihre Daten, ja, also Sie hatten, äh, Ihr eigenes Konto hergestellt. Ja, leider ist es nicht aktiviert. Also das automatische... Jo, ich habe, ich habe das Konto ja gerade, ich habe doch das Konto gerade erst vor fünf Minuten erstellt. Wie soll ich das denn so schnell aktivieren? Herr Beckmann, darf ich, äh, sagen etwas, ja? Also könnten Sie bitte, äh, nicht, äh, sprechen jetzt, wann ich etwas sage, ja? Ja, Sie reden ja doch Blödsinn. Na gut, dann erzählen Sie mal. Ja, Herr Beckmann, äh, schauen Sie mal, ich kann für Sie Informationen zusätzlich geben, ja? Ja, und dann entschieden Sie selber, ob Sie weiter, äh, möchten tätigen mit uns oder nein, ja? Also, ähm, ich habe für Sie, ähm, einen Zugriff zu Ihrem Handelskonto hergestellt. Also, ähm, schauen Sie bitte, äh, vorherige E-Mail heißt es einlogen und ich kann, äh, für Sie Informationen zusätzlich geben, ja? Ja, also Schritt für Schritt. Ja, und dann geben Sie erst mal mal Informationen, das ist wichtig, das wollte ich ja erst mal haben. Genau, so, schauen Sie mal, äh, das ist vollautomatisches System, also läuft es ganz automatisch mit verschiedenen Marktvermögen, ja? Ja, also quasi, äh, öffnet und schließt Ihre Treppen im Laufe des Tages, zwischen die Preisen bekommen Sie gewinnen, ja? Ja, also dieses System führt technische Analysen, in Abhängigkeit von der Preisen nämlich durch, wählt die potenziell relevantesten aus und bietet dann die Grundlage für zukünftige Handelssitzungen, ja? Ja, und, ähm, da gibt es auch, äh, bei uns Stop-Loss-Funktionen, also ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben oder gelesen im Internet. Also diese Funktion ermöglicht, äh, die Position, äh, bei einem bestimmten Preis, äh, das Vermögenswerte zu schließen, ja? Ja, also wenn zum Beispiel der Preis nach unten geht, ja, also dann Stopp, äh, automatische, äh, Robots zu treten, ja? Und, äh, um den Gewinn zu halten, äh, um den Verlust zu vermeiden, ja? Also das ist eine gute Gelegenheit. Äh, geben Sie mir Bescheid von Anfang an, ob Sie eine Erfahrung davon haben, meine ich allgemein an Finanzmarkt, ja? Ein wenig habe ich Erfahrung, ja? Haben Sie, war, und es ist negativ für Sie, war, oder positiv, könnten Sie mir ein bisschen sagen? Positiv. Positiv, ja? Also wahrscheinlich haben Sie mit Aktien von Ihren Bank, ja? Also, oder haben Sie schon mit automatischem System zu tun? Ja, dann erzählen Sie doch mal, wie ein automatisches System funktioniert. Handelt dieses automatische System für mich? Ja, für Sie, genau. Also, Sie halten, ähm, ähm, ungefähr zwei Signale pro Woche, ja? Und dann können Sie ungefähr zehn Träse pro Monat eröffnen und schließen, ja? Das heißt, der handelt also doch nicht für mich? Ich muss selber handeln? Für Sie? Nein, manuell brauchen Sie nicht zu tun, ja? Dann handelt er also doch für mich? Alles automatisch. Ja, automatisch, dann hat er also auch Zugriff auf, ja, lasst mich doch einfach mal ausreden. Der handelt also für mich automatisch, das heißt, der hat Zugriff auf mein Konto. Genau, also Sie haben, äh, Ihr eigenes Handelskonto, ja? Also, dort, bei Ihrem Handelskonto arbeitet automatischer Robot. Ja, und der hat... Also, Handeln brauchen Sie nicht zu tun. Dann hat der also Zugriff auf mein Handelskonto und auf mein Geld? Auf Ihr Geld, ja. Und, äh, Ihr Konto auch. Ja, gut, okay. Und wie handelt der? Nach welchem System handelt der? Äh, technische Analysen, ja? Also, er öffnet ihre Träse und schließt ihre Träse. Ja, und nach welchem System? Es gibt ja mehrere Systeme. Welches System nutzt der? Bitcoin-Code, ja? Nein, das ist ja kein System. Das ist ja kein System. Das ist automatisches System. Robotsystem. Welchen Träder nutzt der denn, der Roboter? Metatrader 4, 5? Das ist ein... Äh, 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 verstehen Sie? Ja, Sie haben... Was ist das, bitte? Hallo? Hallo, ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Hallo? Hallo, spreche ich mit Herr Bergmann? Ja. Schönen Tag, mein Name ist Chester Hendricks. Ich rufe Sie von Investitionengesellschaft Investirei an. Sie haben auch unsere Handelssysteme angemeldet. Ja? Ne, wann war das? Für Crypto-Trading. Ja, wann war das? Äh, ich bin Ihr Kundenbetreuer. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu erklären, wie alles funktioniert und Ihnen zu helfen, mit dem Investieren zu beginnen. Ja, leider verstehen Sie ja meine Sprache nicht, weil ich hatte mehrfach gefragt, wann das war, wann ich mich da eingetragen hätte. Wann haben Sie ihn gemeldet? Verstehen Sie Deutsch? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und auch versteht? Ja, ich verstehe Sie. Ne, Sie haben... Ne, offensichtlich nicht. Wieso können Sie wiederholen? Ich sag ja, Sie verstehen mich gar nicht. Wie wollen Sie mir denn bei irgendwas helfen, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen und gar nicht verstehen, was ich sage? Wieso können Sie nicht wiederholen, ja? Das habe ich doch mehrfach gesagt. Wann hatte ich mich da eingetragen? Hallo? Hallo? Ja, haben Sie wieder nicht verstanden? Ich habe bin am 14. Juni gemeldet. 14. Juni? Ja. Na gut, dann, was bieten Sie denn an? Was sagen Sie? Können Sie bitte... Was bieten Sie an? Das habe ich gefragt. Was bietet... Ja, was bietet Ihre Firma an? So, das ist wie ein passives Einkommen für Sie. Das ist Krypto-Trading-Plattform. Und ich rufe Sie, weil Sie ist mein Kunde. Ich bin Ihr Kunde. Ja, das ist richtig. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen zu erklären, wie unser System funktioniert und Ihnen zu helfen, mit dem Investieren zu beginnen. Ja, dann erklären Sie mal. Okay. Aber zuerst, ich habe zwei Fragen für Sie. Erstmal möchte ich gerne eine Erklärung haben. Sie wollten rufen doch an, um mir etwas zu erklären. Dann erklären Sie mal. Okay. Äh, haben Sie eine Werbung über unser System gesehen? Ja, offensichtlich muss ich ja. Sonst würden Sie mich ja gar nicht anrufen, oder? Ja. Was sehen Sie in dieser Werbung? Das weiß ich jetzt doch nicht mehr. Das ist doch schon ein paar Tage her. Jetzt erklären Sie doch mal. So, das ist wie ein... Das ist wie... Warum schrien Sie? Ich schrie nicht. Hast du einen Kopfschmerz, oder? Ich schrie nicht. Warum duzen Sie mich? Können Sie sprechen normalerweise, oder? Können Sie Deutsch verstehen? Können Sie Deutsch verstehen? Ja, aber Sie sprechen ja kein Deutsch. Sie sprechen kein Deutsch. Ja, was spreche ich denn? Äh, Tiberisch vielleicht. Ach, das ist Ihre Muttersprache? Nein, das ist Ihre Muttersprache. Ja, ja, komisch, dass Sie mich aber dann verstehen, wenn ich eine... Was, Tiberisch? Was ist denn Tiberisch? Was für ein Land ist Tiberien? Sie können nichts verstehen, ich. Ja, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, genau. Sie sprechen nicht Deutsch. Ja, Sie reden doch mit mir, also muss ich doch Deutsch sprechen. Sie wissen nicht diese Sprache. Ja, ja. Okay, vielleicht sprechen Sie Englisch, oder Französisch. Nein, ich spreche Plattdeutsch. Parlez-vous noch Francais? Oui? Ja, wollen Sie jetzt noch irgendwas erklären, oder nicht? Ja, ich kann Sie erklären. Ja, dann mal los. Okay, das ist wie ein passives Einkommen für Sie, dieses Plattformsystem. Sie können auf unserer Plattform arbeiten mit der Hilfe von KI. Wissen Sie über KI? Ich weiß, was eine künstliche Intelligenz ist, das weiß ich. Ja, ja, das ist richtig. So, Sie können auf unserer Plattform mit der Hilfe von Roboter und Experten arbeiten. Roboter ist eine künstliche Intelligenz. Das ist ein anspruchsvoller Algorithmus. Okay? Sie müssen es einrichten und dann führen es zu einer für Sie passenden Zeit aus. Verstehen Sie? Habe ich verstanden. Okay. Der Roboter analysiert den Finanzmarkt des gewählten Vermögenswerts, so zum Beispiel Kryptowährung, und er stellt einige Preisvorherseigungen für Sie. Dann sendet er Ihnen per E-Mail Signale, dass Sie einen Handel eröffnen oder schließen sollten. Also macht er nur die Prognosen für mich? So, ja, diese Roboter kann diesen Markt, diesen Finanzmarkt analysiert, und dann, er hat eine Prognose für Sie, ja. Ob Sie diesen Handel können eröffnen oder schließen sollten. Also handelt er nicht für mich? Was sagen Sie? Ja, das ist Ihr gutes Deutsch. Also handelt der Roboter nicht für mich? Ja oder nein? Ja oder nein? Sie müssen diese Roboter einrichten. Und diese Roboter macht alle Werk für Sie. Was macht der? Alle Arbeit für Sie. Ja, also handelt der auch für mich? Ja. Ja, gut. Bis jetzt haben Sie nur gesagt, dass er nur analysiert. Sie haben ja nicht gesagt, dass er für mich handelt. Wie handelt der denn für mich? Ja, Roboter kann für Sie diese alle Prozesse machen. Aber, ob Sie interessiert, Sie können sich selbst diese Handeln machen. Ja, gut, habe ich verstanden. So, zum Beispiel, Sie haben einen Handel für einen Preis von 100 Euro eröffnet, ja? Und für einen Preis von 150 Euro schließen. So, Ihr Gewinn ist 50 Euro von diesem einen Handel. So, der Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Handel ist Ihr Gewinn. Verstehen Sie? Das ist nicht schwer zu verstehen. Okay. Auch. Sie können, äh... So, haben Sie eine Erfahrung in dieser Sphäre? Theoretisch... Theoretischer Natur. Aber nicht praktisch? Genau. Nicht praktisch. Okay, okay, ich verstehe. So, das ist das erste Mal für Sie, ja? Ja, ich sagte ja gerade, theoretischer Natur. Haben Sie das Wort nicht verstanden? Okay. Warum können Sie nicht sagen, dass... Ja, das ist erst mal für mich, theoretisch. Ja, warum fragen Sie das? Sie wissen es doch überhaupt. Sie wissen es doch schon. Ich hatte es doch schon gesagt. Okay. So, ich sehe... Was ist daran lustig? Äh... Von unseren Unternehmen können wir Sie eine Experte geben. So, Experte, das ist ein erfahrender Händler, der Sie während des gesamten Prozesses unsere Zusammenarbeit unterstützen wird und Ihnen Schritt für Schritt Ratschläge und Hinweise zu Investitionen geben wird. Diese Person hat einige Methoden, Strategien, mit welchen Sie auf unserer Plattform arbeiten können. Er gibt Schläge? Was für Schläge? Ratschläge. Ach, du meinst Ratschläge? Ja, Ratschläge. Ja, okay. Okay, so. Das ist das Problem? Ja, wenn Sie Deutsch... Sie sprechen ja nicht mal Deutsch. Für Sie, das ist das Problem? Ja, natürlich. Ja, wenn Sie deutsche Wörter nicht kennen, das ist schwierig. Das ist ein Problem, richtig. Äh, sind Sie aus Deutschland? Wo... Sie haben doch angerufen. Wo haben Sie... In welchem Land haben Sie dann angerufen? Ich rufe Sie von Österreich. Ja, und in welchem Land haben Sie angerufen? Aus dem Österreich. Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Sie verstehen kein Deutsch. Ich habe Sie klar gefragt... Sie verstehen mich... In welchem Land Sie angerufen haben, nicht aus welchem Land Sie anrufen. Sie verstehen kein Deutsch. Sie verstehen immer noch kein Deutsch. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt. In welchem Land Sie angerufen haben? In Österreich. Nein. Sie rufen in Deutschland an. Welche Telefonnummer haben Sie dann angerufen? Österreichische. Nein. Sie haben keine österreichische Nummer angerufen. Sie wissen gar nicht, wo Sie anrufen? Nein. Ah, sagen Sie mir was von... Okay, ich verstehe Sie jetzt, ja. Ja, dann beantworten Sie meine Frage. Ich sage Sie, sind Sie von Deutschland oder sind Sie von Türkei? Ja, natürlich. Ich bin aus China. China, ja. Genau, Sie rufen gerade in China an. Ah, okay, okay. Ich verstehe. So, für Sie, wir haben ein gutes Angebot. Ein chinesischer Kurs für Sie? Ja, ja. Wir haben ein gutes Angebot für Sie. Ah ja, und welches? Äh, so, Sie können... Äh, zuerst, zuerst, äh, ich musste Sie erzählen, äh, mehr über unser System. So, Sie können, äh, mit den Experten und Roboter arbeiten, ja? Verstehen Sie? Und das ist wie ein passives Einkommen für Sie. Das hat Sie schon erzählt. Sie müssen sich nicht wiederholen. Okay, kein Problem. Ähm, ich habe einen Vorschlag für Sie. Ja? Äh, welcher Betrag ist für Sie geeignet, um zu investieren? Ja, erst mal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen, bevor ich sage, ob ich bei Ihnen einsteige oder nicht. Können Sie Ihre E-Mail öffnen? Meine E-Mail? Ja, kann ich öffnen, Augenblick. Dann fahre ich den Rechner mal hoch. Ihre E-Mail-Adresse ist heim.bergmann.mailbox.org Ja, aber es ist keine E-Mail bekommen. Äh, warten Sie bitte. Hm, ich sende Sie eine Nachricht. Ja, wie soll ich dann mal... Wieso soll ich meine E-Mail auf mein Postfach aufmachen, wenn Sie noch keine Nachricht gesendet haben? Ist unlogisch, ne? Ja. Genau, es ist unlogisch, richtig. Sind Sie ein Comic? Oder haben Sie einen Kopfschmerz? Ich glaube, Sie sind ein Comic. Sie senden mir keine E-Mail, ich soll aber mein Postfach gucken. Sie sprechen, Sie sprechen sich selbst, oder? Lernen Sie doch mal ein bisschen Deutsch, ich verstehe Sie gar nicht. Sie sprechen sich selbst? Was heißt das? Vielleicht müssen Sie zu Arzt gehen, oder etwas. Was ist denn jetzt mit der E-Mail? Und vorbei. Ja? Hallo? Hallo? So funktioniert Telefonieren nicht. Da müssen beide reden und hören. Hallo? Hallo? Ah, da ist er wieder. Hallo, wer ist da? Hallo? 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 Hallo. 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 Na, hast du keine Datensätze mehr zum Anrufen, kleiner Betrüger? Oh, jetzt will er nicht mehr. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Katrin. Ich rufe Sie von Handelsplattform an. Wir haben bei uns Ihre Daten hinterlassen. Ja, von welcher Handelsplattform reden wir hier? Äh, noch einmal bitte? Von welcher Handelsplattform reden Sie? Äh, von Investerei. Ah, ja. Okay. Sie haben bei uns Ihre Daten hinterlassen, aber wie ich sehe, äh, aktivieren Sie Ihre Konto noch nicht. Meine Aufgabe ist, Ihnen bei das helfen. Bei das helfen? Ihre Konto aktivieren. Mhm. Ja, gut. Dann machen Sie mal. Dann aktivieren Sie mal. Ja, okay. So, jetzt kann ich Ihnen eine E-Mail schicken. So, wir haben verschiedene Zahlen zu finden. So, sagen Sie mir bitte. Vielleicht haben Sie Visa oder Mathecard. Nein. Nein, so, dann können wir nochmal Ihre Banküberweisung machen. So, welche Bank haben Sie? Das spielt ja keine Rolle. Ich habe mehrere Banken. Für eine Überweisung spielt das keine Rolle. Da brauche ich ja nur Ihre Bankdaten. Äh, ja, okay. Gut. Schön. Eine... Ja, okay. Dann für eine Banküberweisung brauchen wir ein paar Informationen für Sie. So, äh, können Sie bitte mir schicken Ihren Personalausweis... Oh! Ah, okay. Ich... Ja, jetzt weiß ich schon. Sie sind ein Betrüger. Eine Banküberweisung... Nein. Eine Banküberweisung braucht keinen, keinen Personalausweis. Sie sind ein Betrüger. Aber wir brau... Nein, nein. Wir brauchen, äh, Daten für Sie vorbereiten. Und für das... Daten für Sie vorbereiten? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, also, ich spreche mit Ihnen Deutsch. Nee, das ist sehr schlechtes Deutsch. Also, für Banküberweisung braucht man keinen, äh, Personalausweis. Ja, aber wir brauchen Ihren Personalausweis... Nein, brauchen Sie nicht. Brauchen Sie nicht. Ja, aber wir brauchen... Geben Sie mir mal Ihren Chef. Ja, einen Moment bitte. Sie können mit meiner Supervisor sprechen. Mit dem Chef, genau. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Isabel Janssen. Ich bin Supervisor von Katrin. Und welche Probleme haben Sie? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ihre Untergebene ist der Meinung, man braucht für eine Banküberweisung einen Personalausweis. Das ist ja nur der größte Blödsinn. Hat sie keine Ahnung von Ihrem Chef? Äh, von Ihrem Job? So, sehr leicht zu erklären, warum brauchen wir Ihre Dokument? Das kann sein Personalausweis oder Führerschein... Ja, für eine Überweisung braucht man kein Dokument. So. So. Sie können mir... So, ich werde Ihnen alle erklären. Schild zu schild. So. Wenn Sie möchten eine Banküberweisung... Es braucht für Bank und Finanzabteilung diese Dokumente... Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Bitte. So. Wenn Sie... Wenn Sie kommt in die Bank und möchten eine Beweisung oder eine Zahlung machen. Bank fragt Ihnen über Ihre Dokumente. Und Sie geben in Ihre Bank diese Personalausweis... Richtig. Ja. Richtig. Und die... Genau. Genau. Dazu bin ich aber in der Bank. Dann gut. Dann machen wir das über das Postidentverfahren. Das ist ja zugelassen. Nutzen Sie das Postidentverfahren? Verstehen Sie das... Bitte, ich verstehe Sie nicht. Sie haben eine sehr schlechte... Sie haben eine sehr schlechte... Hallo. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Ich höre Sie nur sehr abgehackt. So. 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 Unsere Bank auch muss Ihnen verifizieren. Ne, muss sie nicht. Muss sie nicht. Muss sie nicht. Eine Bank wird... Ihre... Ihre Bank muss mich nicht verifizieren. Sie sind der Kontoinhaber. Da müssen Sie verifiziert werden. Bei welcher Bank sind Sie? So. Wir haben... Bei welcher Bank sind Sie? Bei welcher Bank sind Sie? Bei welcher Bank sind Sie? Bei unserer Finanzabteilung... Ja. Bei welcher Bank sind Sie denn? Die beste Bank für Ihre Bank. Und diese Bankbeweisung ist schnell und sicher erfolgt. So. Jetzt haben Sie viel geredet. Bei welcher Bank sind Sie? Bei welcher Bank sind Sie? Dann haben Sie doch mal die Frage. Belgium, Lithuania, England und so weiter und so fort. Ach, Sie haben verschiedene Banken. Und keine Bank der Welt braucht meinen Personalausweis, um Sie zu verifizieren. Sie müssen verifiziert sein und nicht ich. So. So. Können Sie noch ein anderes Wort außer so? Das ist von Bank. Das ist von Bank. Das ist obligatorisch von unseren Banken machen diese Verifizierung, wenn jemand Banküberweisung machen möchte. Da wir vorbereiten unsere Bankdaten für unsere Kunden. Und das ist verifizieren, dass die Person nicht robelt. Und Sie sind normale Person, welche hat kein Problem mit der Polizei und so weiter und so fort. Das ist Sicherheit. Und so weiter und so fort. Sagen Sie mal, wo sitzt denn Ihre Firma? Wir haben drei Büros. Nein, wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Ich sage Ihnen, wir haben drei Büros. In welchen sitzen unsere Mitarbeiter? In London, in Wien und in Singapore. Sie verstehen das Wort rechtliche Sitz überhaupt nicht, oder? Was ist ein rechtlicher Sitz? Erklären Sie mir das mal. Ich werde Ihnen nicht erklären. Nein, Sie können das nicht. Timo Schenig sage ich nur. Timo Schenig. Timo Schenig. Timo Schenig. Timo Schenig. Wo sitzen wir? Timo Schenig. Timo Schenig. Timo Schenig. Timo Schenig. Ich kann Ihnen nicht verstehen. Ah, du bist doch Russe. Gesicht. Zucker. Zucker! Timo Schenig. Timo Schenig. modo Joe Schenig. Ich weiß diese Wörter nicht. Jaaaaaa. catalogte Mrkuswarיה riski. Timo Schenig. Sie, bitte, kann nichts verstehen. Können Sie auf Deutsch bitte dann sagen, auf Englisch. Du nichts verstehen? Ich verstehe Sprachen, auf welches sie sprechen nicht. Sie können mit mir auf Deutsch oder auf Englisch sprechen. Ist deine Mutter stolz auf dich? Was ist deine Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Englisch. Okay. Okay, dann prüfen wir dich mal auf Englisch. Mach mal, Ziggy. So, your English is your main language, right? Hello, can you copy that? Ich werde nur auf Deutsch sprechen. Mit erster Person, mit welcher spreche ich auf Deutsch und bitte. Du kannst gar kein Englisch. Du kannst gar nicht Englisch. Du bist Russe, du kannst kein Englisch. So. 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 Und du bist ein Verbrecher. Und du bist ein Betrüger. So. 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 jetzt. Bitte ist dieses Video vorbei. Ihr hört mich im nächsten Video. Bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Core Setter Crusher.